Erfüllte, glückliche und wirklich schöne Beziehungen zu anderen Menschen starten immer in der Beziehung mit mir selber. Also wie ist meine Beziehung zu mir selber? Sorge ich für meine Gesundheit? Sorge ich dafür, dass es mir gut geht? Sorge ich dafür, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden auf gesunde Weise? Sorge ich dafür, dass ich mich selber wertschätze? Dass ich meine Gedanken wertschätze? Dass ich meine Gefühle wertschätze? Dass ich Grenzen setze, wenn es mir nicht gut geht? Sorge ich dafür mit mir selber? Und da fängt es schon an. Viele, also das beste Rezept, um unglücklich zu sein, ist, darauf zu warten. Wenn ein Partner da ist, dann kann ich glücklich sein. Dann bin ich angekommen und dann kann ich mich erfüllt fühlen. Bestes Rezept für eine richtige Kackbeziehung. Wenn ich aber jetzt anfange, warum? Wenn ich mich selber nicht wertschätze. Und das fängt schon mit dem Gang aufs Klo an. Viele müssen dringend pipi und rennen die ganze Zeit rum und sagen, ich erledige erst das und dann erledige ich das und danach. Ich vernachlässige mein körperliches Bedürfnis in dem Moment, weil ich denke, andere Sachen sind wichtiger. Das ist jetzt eine Kleinigkeit. Und im Alltag ist es bei ganz, ganz vielen Sachen, wo ich mich auch erwischt habe, dass ich mich selber vernachlässige. Ich starte schon mit der Gesundheit. Was isst du? Bist du respektvoll zu deinem Körper, mit dir selber? Oft sind wir es nicht. Und danach haben wir noch Schuldgefühle, weil wir Sachen gegessen haben, die uns krank machen, die uns dick machen, die uns unattraktiv machen. Und wenn wir anfangen, uns selber zu respektieren, wertzuschätzen auf allen Ebenen unseres Lebens, dass wir auch Grenzen setzen, wenn wir erschöpft sind, wenn wir müde sind, wenn wir krank sind. Ich war der Typ Mensch, als ich noch bei der Bank war, ich gehe krank zur Arbeit, ist mir scheißegal, ich mache nicht krank. Ich bin die ganze Zeit da. Glaubt ihr, es hat jemanden gejuckt? Es war so meine Art, ich muss immer leisten, um gut zu sein, hat eh keinen gejuckt. Also ich hatte geile Kollegen, ich hatte einen tollen Chef, der hat es gewertschätzt. Trotz allem, ich habe mich selbst aber nicht gewertschätzt in dem Moment, weil meine Gesundheit ist ja unwichtig, die Arbeit ist doch wichtiger. Und wenn wir da keine Grenzen setzen, wenn es mir schlecht geht, geht es mir schlecht und schlägt mich hin. Und dann sage ich ein Date ab und dann sage ich einen Termin ab und dann gehe ich auch nicht zur Arbeit und arbeite dann an meinen Gefühlen, weil da natürlich ganz große Schuldgefühle kommen. Und wenn wir an unserem Trauma arbeiten, wenn wir an diesen Themen arbeiten, erst dann sind wir in der Lage, Beziehungen anzuziehen, die uns erfüllen und glücklich machen. Ihr seht, es ist ein Haufen, also es ist echt eine Baustelle bei ganz vielen. Ich bin nicht der Typ Frau, der frei ist, wo die Baustelle, wo ich ein Traumhaus oder eine Traumbela gerade da stehen habe, weil alles ist abgearbeitet, da sind immer noch Baustellen bei mir, wo ich arbeiten kann. Ich will mich nicht hier hinstellen, als wäre ich hier perfekt in allem. Ich will nur mit dir teilen, dass es möglich ist, in einer erfüllten Beziehung zu leben, wenn wir immer wieder uns selbst reflektieren, an uns arbeiten, unsere Gesundheit respektieren, unsere Gedanken respektieren, unsere Grenzen setzen können und leben können, ohne uns dafür schlecht zu fühlen. Wir dürfen uns schlecht fühlen. Daran können wir dann arbeiten, dass wir dann mit den Schuldgefühlen arbeiten. Aber oft denken wir, wenn ich eine gute Beziehung finden kann, dann bin ich erfüllt. Wenn ich selbst nicht dafür sorge, dass es mir gut geht, dann werde ich auch nicht in der Lage sein, Grenzen setzen zu können und toleriere es, dass der Partner mich schlecht behandelt, weil ich denke, es ist gerechtfertigt. Seht ihr diesen Rattenschwanz? Und das ist ganz subtil, unbewusst passieren diese ganzen Sachen in uns drin. Man kann sehr, sehr viel an sich selber arbeiten, tief reinschauen und gucken, was habe ich denn für Gewohnheiten mir selber gegenüber? Wie sieht es aus mit meiner Selbstwertschätzung? Wie sieht es aus mit meinem Selbstmitgefühl? Das tue ich selber die ganze Zeit in mir integrieren, Selbstmitgefühl mit mir zu haben, gerade dann, wenn ich anfange, böse mit mir zu werden. Es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Ja, also Trauma, hatte ich schon in einem anderen Video gesagt, ist nicht so, dass man es sofort heilen kann. Es ist so tief in uns eingraviert, dass wir Zeit brauchen. Zeit und Geduld, es kann Jahre dauern, dass wir neue Wege entstehen lassen, wie wir denken, handeln mit uns selber. Und Selbstmitgefühl, gerade dann, wenn wir schlecht über uns selbst denken, weil wir denken, wir sind nicht gut genug, wir haben das nicht geschafft, wir haben das nicht gemacht, ich habe ein Kind angeschrien, ich habe das, 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 das. Dass wir da Selbstmitgefühl haben für uns, weil niemand macht bewusst, es gibt auch Menschen, die machen bewusst, aber die wenigsten versuchen bewusst, Sachen falsch zu machen, andere zu verletzen, Beziehungen zu zerstören. Das macht kaum jemand bewusst, das ist alles ein unbewusstes Verhalten. Und wenn wir da selbst Mitgefühl für uns selbst entwickeln können, werden wir auch das von anderen Menschen anziehen können, dass sie mit uns Mitgefühl haben. Wenn du dazu Begleitung haben möchtest, guck unten auf meiner Webseite, da kannst du dich kostenlos eintragen, können wir miteinander telefonieren und ich schaue, ob ich dir helfen kann. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.